Hallo, heute zeigen wir euch die neue Sonos Beam. Wir packen sie gerade für euch aus. Los geht's nach dem Intro. BAM! Hallo, heute zeigen wir euch die neue Sonos Beam. Sie ist im Gegensatz zur Playbar und Playbase extrem klein geworden. Gerade mal 6,5 cm breit, 7 cm hoch und 10 cm tief. Gewicht ist bei ihr 2,5 kg. Somit sollte sie normalerweise unter alle bzw. vor alle aktuellen Fernseher passen. Sie ist die kleinste Soundbar von Sonos und die erste auch mit einem HDMI ARC Anschluss. Dieser ermöglicht es nun noch einfacher, die Soundbar über die Fernsehfernbedienung zu steuern. Außerdem ist es nun möglich, den Fernseher mit Sprachsteuerung einzuschalten. Oder auch wenn ihr zum Beispiel Prime Video auf dem Fernseher nutzt, könnt ihr über die BAM per Sprachbefehlen einen Film oder eure Lieblingsserie ganz einfach starten. Integriert im Lautsprecher sind 5 Fernfeld-Mikrofone, die alles gut verstehen sollten. Aktuell lässt sich die BAM mit Amazon Alexa Sprachsteuerung bedienen. Ende des Jahres sollen jedoch weitere Sprachassistenten folgen. Die BAM hat 4 Full-Range-Woofer, einen Hochtöner, 3 passive Strahler verbaut. Die 5 digitalen Endstufen, Verstärker, die in der Soundbar drin sind, sind perfekt auf die Lautsprecher abgestimmt. Der BAM ist für kleine bis mittlergroße Räume geeignet bzw. auch vollkommen ausreichend. Wer jedoch eine breite Klangbühne möchte, sollte lieber auf die Playbar zurückgreifen. Die BAM ist eher für Kunden gedacht, die ein kleines Wohnzimmer haben, vielleicht sogar mit integrierter, offener Küche. Natürlich lässt sich die BAM auch mit Hilfe eines Apple-Produktes, sprich einem Tablet oder Handy, einmessen. In der Sonos App lässt sich im Nachhinein aber natürlich wie gewohnt der Ton auch immer noch verändern. Auf der BAM sind wie bei der Sonos One berührungsempfindliche Tasten abgebildet, mit der ihr den Lautsprecher lauter leiser machen könnt, Songs vor-zurück steuern könnt, die Musik pausieren könnt. Und auch das Mikrofon, wo die LED leuchtet, wenn sie euch zuhört. Ansonsten könnt ihr auch über Druck auf das Mikrofon das Mikrofon deaktivieren, dann ist die LED auch aus. Ich zeige euch die BAM gerade mal von der Rückseite, dass wir auch mal die Anschlüsse sehen. Dort seht ihr einmal den HDMI-AEC-Anschluss, einen Stromanschluss, Netzwerkanschluss und die Verbindungstaste, die ihr zum Einrichten braucht. Ab August soll Airplay 2 auch voll integriert sein für alle Apple-Nutzer. Das heißt, man kann dann über das iPhone oder über das Tablet von Apple auch YouTube-Videos beispielsweise sich anschauen und den Ton über Sonos abspielen. Wie bei allen Soundbars könnt ihr natürlich auch einen Sub oder auch die Surround-Lautsprecher hinzufügen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Stromkabel, das HDMI-Kabel und ein Adapter von HDMI auf Toslink. Gerade sehr interessant für alle Nutzer, die einen Fernseher haben, der eventuell noch keinen HDMI-AEC unterstützt, aber den optischen Anschluss dafür dann natürlich den Ton in die Soundbar geben kann. Ihr könnt die Beam natürlich vor euren Fernseher stellen oder auch oben drüber, wenn ihr ein Regal habt. Ansonsten gibt es von Sonos für 69 Euro eine Wandhalterung, mit dem man es natürlich schön an die Wand hängen kann. Oder von der Firma Flexon für 119 Euro gibt es eine Wandmontage, die ihr dann sogar neigen könnt. Oder auch zum Beispiel unter einem Schrank fixieren könnt, wenn ihr es zum Beispiel in die Küche hängen wollt. Die Beam ist ab sofort im Handel für 449 Euro erhältlich und wird es in Schwarz und auch in Weiß geben. Falls ihr Fragen habt, die wir jetzt in diesem Review noch nicht beantwortet haben, habt einfach ab in die Kommentare. Wir werden sie dann zeitnah beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.